Du kannst ja nicht sprengen. Ey! Juhu, jetzt bin ich hier drüben. Warte mal. Nee, die Portale sind gelöscht. Kannst du mich hier irgendwie... Warte mal. Mach mal hier einen hin. Hier, dein roten, genau. Deine roten, bitte. Und mit dem gelben das Ding einfangen. Boah, ich werde jetzt fast darunter gelaufen. So, jetzt mach bitte. Obwohl, das dürfte halt. Deine roten hier unten hin. Wo? Da unten. Hier bei mir. Soll ich mal fix woanders hin klicken? Ja, natürlich. Aber jetzt kannst du meinetwegen. Ähm, hier oben deinen roten. Daher komme ich da wieder hin. Da. Da, ja. Ich hoffe, dass ich von da aus da hinkomme. Natürlich nicht. Äh. Das ist jetzt blöd. Du musst selber das machen. Nee, ich hab nicht. Ich weiß wie. Ich weiß wie. Du musst deinen... Mach erstmal deinen roten wieder da... Wow, jetzt hat's... Oh, jetzt hat's gelegt. Mach erstmal deinen roten wieder da unten. Und dann komm mit runter. Ähm... Gut, ne? Guten Tag. Sonst beherrsch ich diese Dinge. Lauf hier einfach mal an meinem Da-Ding entlang. Und dann... Da. Und da. So, wo jetzt? So, und dann hier unten, wo du springst. Da. Nee, wo du springst. Wo springst du? So. Ja, da musst du hin. Nein, nicht da, wo du springst. Mensch, wo springt man? Ja, wenn du im Weg steh, ich mit deiner Büchse. Lauf doch einfach hier zurück. Ja, äh. Dreh dich um und lauf zurück. Mann, ey. Einfacher kann man es dir doch nicht machen. Da oder was? Ja, genau. Und da musst du springen, bitte. Ich jetzt. Ja, du jetzt. Jetzt. So, und jetzt. Das hab ich jetzt mir gedacht. Normal, also solltest du wie ich da rüberfliegen, aber das... Ach, Mann, ey. Also, wieder nochmal dieselbe Prozedur. Ja. Warte, ich mach's dir gleich. Mann, Mann, Mann. Da, hier, bitte. Du musst da... ...wieder beim Schießen, du Idiot. Aber davor da oben, bitte. Dreh dich um. Dreh dich um. Nach links. Boah. Mit Rot. Ja, ist mir egal. So, jetzt läufst du wieder runter zu mir. Und mach's mit Gelb. Nein. Ist doch schon. Ja, dann, wenn ich jetzt springen. Normalerweise sollte das funktionieren, weil es bei mir auch funktioniert hat. Es ist der, geh doch. So, und jetzt lauf ich mal hier... Mal, welches hab ich hier? Und hier, also muss das... Warte mal. Jetzt lauf ich hier mal mit hoch. So, jetzt bin ich hier. Okay, weiter hoch geht's. Wo bist du? Ich bin da. Geh mal zurück auf den ersten da. Ja? Komm mal hoch. Geh durch. Aber aufpass, nicht zu weit. Gut. Aber jetzt... Wo müssen wir da nicht hin? Wir müssen da oben hin. Wo? Da oben? Warte. Warte mal. Hä? So, du machst bitte da drüben dann eines Portal rein. Warte mal, warte mal. Hab ne Idee. Warte mal. Ja, ich hab ne Idee. Ich hab die vor dir gehabt. Da, wo du das weiße Zeug siehst. Wo mein Auge hin zeigt. Ja, toll. Ja, toll. Super, darauf wär ich jetzt auch gekommen. Nur... Aber es bringt nix. Was ich grad. Ja. Da haben wir zwei die gleichen Gedanken. Was ist das Problem? Jetzt holen wir mal der Portal da wieder hin. Also brauche ich dich mal wieder da hin. Mach mal jetzt hier eins hin. Da hinten. Ja. Das Gelbe. Das Gelbe. Kommt da an? Ne, eben nicht. Das ist das Problem. Müssen wir da hoch springen? Ne. Haben wir ja schon mal gemacht. Müssen wir wahrscheinlich dann hier springen. Komm mal, wo ist denn der Jumper? Ja, wir müssen da springen. Du machst jetzt da ein Portal rauf. Warte mal, ich muss da hoch springen. Lauf. Lauf zurück. Ja, genau. Was da jetzt dein rotes oder dein gelbes, das ist mir eigentlich Wurst. Rot oder gelb? Okay. Ja, genau. Und jetzt kommst du hier zu mir mit rauf. Auf die Plattform. Wenn du triffst, direkt unter dir. Einfach laufen. Ey, ich hab jetzt schon rückwärts laufen gehen. Das ist auch zum Heulen. Halt die Schnauze. Wie schlecht wir sind. Ah, Mann, 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 Mann. Was machst du denn da? Du musst da wieder hochkommen. Aber nicht zu mir. Wohin denn dann? Du musst wieder springen. Ach so, ja. Ja. Stimmt, da musst du eh dahin. Ja, genau. Springen wieder zurück. Er muss wieder hier rüber springen zu mir. Oder über mir. Vorsicht. Hä? Nein! Mann, 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 wie oft noch. Da ein Portal hin. Und da zum Springen ein Portal hin. Da, wo du springst. Da. Wo springst du bitte? Geh mir das Ganze noch einmal durch. Wenn deine hässliche Büchse hier andauernd im Weg steht. Da unten ist doch der Pfeil, oder? Und da unten ist doch dieses Springgerät. Da ist das Springgerät. Wo führt das hin? Nach oben. Und wo ist dann auch die Weiß? Wo ist denn da, was? Da. Da musst du mal da runterlaufen, ey. Meine Güte, ey. Lauf doch mal jetzt meine Büchse hier. Mein Weg hier entlang mit. So. Dann lauf zurück. Lauf zurück den Weg. Und jetzt geh auf diese Springplattform zu. Und jetzt ziehst du nach oben. Hat er es gefunden. Der feine Junge. Mann, nun weh der, ey. So, jetzt machst du da bitte ein rotes Portal hin. Und ich... Mach dir hier die Ballons hin. Du musst hier wieder runterlaufen. Direkt runter. Einfach so. Alter, ey. Solange da kein Bock mehr gelobst ist. Harry, ist das genial. Da, da, ja. Ich müsste mal einen Killcounter einbauen. So oft wie wir gekillt wurden. Warum auch immer. Mach da gleich einen Sprungportal hin. Hinter dir. Und... Dreh dich um. Und mach da eins hin. Und... Und lauf wieder runter. Und springen. Da muss ein Portal hin. Das sieht immer aus. Wen war der da oben jetzt? Das gelbe war oben, also muss das rot. Ja, genau. So. Ich pflanze das Portal auch so, dass du einfach nur runterspringen musst. Dass du nicht, wenn du rückwärts läufst, runterfallen kannst. Das ist auch mal ein Kollegial. Du hast da oben schon ein 10 gemacht, ne? Wo ich ein Zeichen... Nee. Das jetzt würdest du dir noch merken können, ey, bitte. Du glaubst mir den Scheiß auch noch, ne? Ja, schau. Oh, mach dir doch mal keine Sorgen. Oh, Mann, ey. Gleich, wenn du bei mir auf dem Bildschirm guckst. Achso. Dann siehst du, dass die eine Markierung schon leer ist. Ja, und? Achso, stimmt. Daran siehst du, welche du schon verschossen hast. Ja, ist mir schon klar, aber... Ich habe vergessen, dass du dadurch, äh... Guck mal, ein Wallung hier mit deiner Blechbüff. Ja, dann dreh dich mal um. Und lauf. Mensch. Wie das auch noch passt. So, und jetzt mach hier das... Äh... Ja, das ist übrig geblieben hier. Der war gut. Ja, das ist super, wartet. War irgendwie doch nix, ne? Warum auch immer, du hast gerade irgendwie das Falsche hingesetzt. Sehr schön. Hey, komm. Wartet, lass mich auch mal. Äh, super, jetzt tanze ich jetzt mal eine Runde. Na, Runde. Runde. Na, los, komm. Komm, jetzt wollen wir ihn sehen. Schau mal auf Fluff. Oh, das ist geil. Alter, Alter. Oh, nee. Also, ob jetzt machen wir es richtig. Die Zuschauer langweilig bestimmt. Ja, das glaube ich auch. Wie lange hocken wir jetzt hier drauf? Bestimmt schon bald eine Viertelstunde. Ach, Gottchen. Ach, Gottchen. Gut, da hast du... Jetzt setzt du, wenn du da hier vorbei bist an mir, da das Gelbe hin. Gelb, bitte. Bring's zurück. So ist gut. So ist gut. Jetzt geh zurück und spring. Bitte. Ja, spring. Ja, spring. Oh, Rote hackt er noch. Jihau. So, jetzt setzt du da oben das Rote hin. Das Rote. Okay, das Rote. Das Rote. Und dann noch was er kaufe. So, es geht. So, ich hab jetzt extra so gemacht, dass du nur hier vor musst. Nur hier vor. Ja, und... Ah! Und dreh dich um. Dreh dich um und lauf, weil die... Die lauf. Ja, so. Und jetzt kommt mir hinterher. Jetzt bin ich soweit gelatscht. Oh! Aber gefährlich eben. So, und jetzt setzt du da bitte das, was du noch übrig hast. Oh, mein Rote, also das ist das hier. Hä? Bitte doch. Nein! Toll! Wieder durch? Du bist ja da durchgeflogen, ne? Du hättest mich zuerst gehen. Lass das rein. Deine Portale sind schon wieder weg. Ähm, dann nimm mir mal bitte die Dinger ab, hier. Machst du da ein Portal ran? Ja. Ja. Und dann kannst du hier eins ran machen? Geht es? Sehr schön. Die kommen runter, ne? Ne, bleib oben, bleib oben, bleib oben. Ach ja, ich muss ja da lang. So. Da wird erstmal gesprungen. So, hier macht es hellblaue. Jetzt musst du mir da eins hinmachen. Da unten. Da. Ja. So, dass ich da langlaufen kann. Also am besten. Hallo. Was ist das denn, bitte? Ja, Mann, Uschi. So, und jetzt bitte wieder da unten. So ist gut. Da um mich hält noch, ja. Ach, Mann, ey. Abkommen, bewegt deinen Arsch. So, trägst du aber eins, Ed. Damit alles noch nicht aufregender wird. Ey, ich sag jetzt nicht den Scheiß noch gepoppt, ey. Sag ich, die Montageeinheit, euch nicht neu zu montieren. Sie linke ab. Verständlich. Das wäre, als würde man mich bitten, mit dem Testen aufzuhören. Ey. Es wäre, es wäre dennoch aufregend gewesen. Es wäre dennoch aufregend gewesen. Warte mal, mal zum Ende noch mal. High five. Anni, noch mal hinzocken. Ah, nix rausgekommen. Nochmal. Ja, abgezockt. Naja. Ich muss sagen, das gibt es Sprünfein. Bis auf diese Sprünfeinlagen. Ja, weil letztes Scheiß ist. Na gut. Also, dann sagen wir mal tschau. Ja. Bis nächstes Mal. Jo. Mann bist du ein Knut. Ah, 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 ah. Tja, ha, ha. Aufs Maul. Oh ja. Was tut das nicht mit? Ne, ne, ne. Ein Aufschiedstanz. Ne, gut. So, Tadios. Bis zum nächsten Mal. Ticko. 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 Ticko.